Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story und den verwirrten Wigthorns. Äh, ja, warum auch immer sie wieder weglaufen? Ah, jetzt mal gucken, ob sie die Treppen machen. Sieht irgendwie nicht danach aus. Hä? Hat der ja gerade versucht, die Treppe zu machen, oder? Ich hab echt keine Ahnung. Also, was da kaputt gegangen ist, wenn jemand einen Tipp für mich hat, soll er sich bitte melden. Ja? 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 Ja. Ja? 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 Ernsthaft, ey. Das Problem ist, ich kann den Steinbruch auch nicht einfach so löschen, weil ich ihn nicht wieder hinkriege. Das mit den Treppen, das macht mich jetzt echt wieder fertig. Ich bin ein paar Jahre alt, aber ich bin ein paar Jahre alt. und das stelle ich hier bringt was hängen bleiben macht es auch nicht viel besser wie sieht unser füllen aus sieht recht okay aus ich habe sie auch noch nicht verschoben so wie sie haben sich den weg nach unten gegraben ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu. Ja, ich bin echt am überlegen, ob ich nach diesem Projekt das Let's Play dann einstampfe. Einfach weil es anstrengend wird irgendwie. Es ist leider viel zu viel verschenktes Potential in diesem Spiel. Es ist leider viel zu viel. Es ist leider viel zu viel. Was ist das? Oh, sie haben hier tatsächlich mal wieder ein Stück Treppe gemacht. Das sehe ich gerade. Da können wir hier schon die Treppe mal wegmachen. Jetzt kommen sie da, kommt da sogar nicht mehr mehr hoch. Bäh. Mh. Ernsthaft? Mh. 爸爸. Ja. Okay, hier sind wir fast fertig, also könnten wir mal hier verschieben. Was er nicht mal genommen hat. Entschuldigung. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Und sie haben schon wieder angefangen Konterbund zu füllen. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. Das ist wirklich cool. 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 Hm, wieder was runtergefallen? Keine Ahnung. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Ja, hier wird wieder sehr komisch gefüllt. Hoffentlich füllen sie erst den engeren Bereich, bevor sie den größeren füllen. Wäre schön und wünschenswert. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Okay. Na, noch zwei Ebenen. Also nicht mal mehr zwei Ebenen, eine Ebene noch. Und warum macht ihr das immer nur? So. 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 Oh, okay. So, besser.